so einfach zwischendurch mal ja ich habe die 961 reichen am vierten versuch jetzt versuchen die letzten hierher zu holen und ich bin so oft abgeschützt manchmal waren das wirklich so komische fails damit die sumo ringer da rein geboxt jetzt versuchen wir noch ja wie jetzt gerade so ins essen immer ein weil das problem ist kugelfische das problem ist wenn wir halt die hungerleiste ziemlich am ende haben dann können wir auch leben verlieren feinste vergiftetes essen bzw verdorbenes essen gegessen haben wo der hat mich genau dazwischen geboxt ich glaube jetzt haben wir den schon erreicht jetzt machen wir noch so lange weiter wie weit wir können das glaube ich auch irgendwann schwierig wird wie ihr seht so was so wenn so zwei sumo ringer aufeinander tauchen und die man mich hinterher boxen kann auch passieren dass ein kugelfisch zwischen rast und wir haben leider das problem haben dass wir dann halt einen erwischen weil ich habe immer immer das verdorbene essen gegessen und beziehungsweise irgendwo durchgerauscht wo das verdorbene essen war als ein kugelfisch zu nehmen naja pech gehabt die symbole werden auch immer und immer größer das heißt man muss halt die gefahr setzen verdorbenes essen gehen und den heißt core geknackt ja das ist so super super so so geil 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 geile hier faschenraketenwerfer streber club aushalten okay und transistor neues speicherbuch geil ja hauptsache erstmal feuerwerksraketen rein pfeffern so transistor 1 von 3 können wir doch schon mal mitnehmen hier fette sache der versucht meinen highscore zu knacken kann er mehr machen kommt da glaube ich nicht weit oh nerdraum hier können wir auch pennen oder so nein ok eine gg karte gng sammelkarte was haben wir hier noch ich glaube nix ne naja ist gut jungs employers only öffnen willst du hier 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 hast du was schwarzer körperhut feier geschaltet nice das will der polizist von mir nö doch selber für wen hältst du mich hier für wen hält der mich hier unglaublich oh geil jetzt haben wir den raketenwerfer jetzt können wir ordentlich ein Mist damit machen mal gucken mal gucken schoolboost so sollten wir jetzt eine runde schlafen gehen weil jedes ziel haben wir ja sozusagen erreicht ne erstmal können wir denn eigentlich schon schlafen gehen ich hoffe wir das mal geil gefällt mir ah wir versuchen mal hier ein bisschen schlafen zu gehen und die können wir auch auffüllen nice nice fresh und raketen haben wir denn irgendwas dazu bekommen ne aber hochschlafen können wir auch noch nicht gehen machen wir jetzt die ganze Zeit was machen wir jetzt die ganze Zeit sollen wir ein bisschen rumtrödeln hier oder anders kann ich auch nicht machen hier als ein bisschen rumzudrödeln oh jukepulver jukepulver ach warte wir können auch zum land kommen wir gehen zum landstreicher hier nochmal einen move lernen das ist so ein bisschen blöd dass wir jetzt keinen unterricht hatten beziehungsweise auch nicht irgendwie die möglichkeit hatten irgendwelche quests noch zu machen naja gehen wir zum landstreicher der hat bestimmt noch einen geilen move für uns der ist gar nicht da auch geil da ist was aufgetaucht ab da hin da ist was muss das denn mitten in der Stadt alles klar kommen noch gerade so hin kriegen wir doch hin da ist was muss das denn mal weil ich will natürlich hier was machen und nicht hier einfach rumtrödeln ist das glatt mit dem Ding das 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 Okay. Okay. Oh, yeah. Wow. Oh, man. Oh. Auf dem Fahrrad hier rumzufahren, da so ein bisschen nervt. Was können wir denn nehmen hier, Böller? Ja, da müssen wir schon ein paar Eierchen nehmen gleich. Ist ja gut. So, nochmal hier. So, nochmal starten. Muss ja was werden. Warum klaut einer von den Nerds sowas? Nein, er ist nicht okay. Guck ihn doch an. Ich will dich töten. Pfff. 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 Oah, schon wieder alter, wie konnte man... Wie, der ist entkommen? Der konnte doch gar nicht so weit sein. Komm schon, ey. Egal, noch ein Radiotransistor. Ach, komm schon. Kann doch nicht so schwer sein. Kann man die Zähne überschwingen, hallo? Nein, guck ihn mir an, der ist nicht okay. Der will doch nur seine Comics wieder. Und ich will die Zähne überspringen. Hey, ich sag dir was, ich gebe dir 5 Bucks und ein paar Comics, wenn du mir meine Sachen aus dem Bunk holst. Ja, werf mir ruhig deine Böllern hier rum. Boxt dich an, ah, weißt du, das ist, wow. Was blöde daran. Jetzt muss ich mich von dem nicht ablenken, nein. Jetzt fahr ich noch selber da rein. Ich weiß jetzt, ob man meine, ah, meine Tastatur mal hat, das kann, glaube ich, möglich sein, ne? Ah, ah, komm schon. Komm schon. Ich will dich töten. Typisch. Mein Biss ist wahrscheinlich auch so. So, hier. Vollende Nuss. Dankeschön. So, ich müsste mal wieder Mädel küssen. Hier hat kommen noch Energie. Okay, das ist halt der kleine Vorteil, dass wir da halt Energie ganz schnell bekommen. So, Abmarsch hier runter. So, um hier rum. Oh, sorry. Bitteschön. Hier sind deine Comics. Dankeschön. Just give me the money. Alright. Chizzy face. Dankeschön. 30 Dollar. Geil. So, jetzt glaube ich, sollten wir mal zum Landstreicher rasen. Ähm, wie hat das passiert? Oder eher weniger so. Hey, du. Ich habe etwas, für dich zu tun. So, ja, ich weiß, dass wir schlafen müssen. Natürlich, da könnten wir ja auch schlafen. Das ist ja das Clubhouse. Aber. Wir gehen mal da hinten zum H. Ich weiß gar nicht, was. H war, glaube ich, der Landstreicher, ne? Können wir doch von hier hinten so durchfahren? Ah, hier können wir durch, genau. Und H ist nämlich der Landstreicher. So, die Bremsen. Naja, die sollten man geölt werden. Na, komm. Dann machen wir das mal. So, das hättest du nicht machen sollen. Kommt bestimmt noch mehr zwischendurch, das ist normal. Aber ich habe ja gerade links und rechts, beziehungsweise rechts und vor mir eine Aufsichtsperson. Da wird das wohl schon klappen. Quisti heißt sie. Okay. Naja, können wir ja machen. Wir können sie ja begleiten. Ist ja nicht so das Schwierige, hier einfach mal langzulaufen. Wir kriegen ja bestimmt eine Belohnung dadurch. So, das ist das Vibe, was mich auch mag. Oh, okay, ist das langweilig. Als hätte die Mission machen können. Naja. Naja, naja, naja. Hauptsache, wir machen eine gute Tat noch hier. Na, komm schon. Da sind die Girls Wombs. Da ist ja irgendwas falsch gelaufen. Dorm. Naja, ich weiß gar nicht, was Dorm. Das ist ja Saal heiß. Oder Dorm. I don't know. Bitteschön. Wollst du denn jetzt hier? Nein. Selber machen. Und wie sehe ich denn aus, als ob ich das machen würde? Wow, sind die real? Kann ich checken?